Jreal! Ey! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Super, dass ich raus spinge. Wenn ich es jetzt nicht schaffe, 1,4. Nein! Nein! David Greta heading out! Seid ihr herzlich willkommen! Geil, dass ihr wieder einschaltet! wieder einschaltet heute formula agent gemeinsam geil der letzte schluck ein boost und auch so die die konzentration der sauer geil okay auf geht's von hallo wie beim krümel ist ja auch nicht so richtig umrührt so dass unten einfach der krasseste shit digga das ist hier die mutter aller level agents die hat ja auch müssen wir da wieder in so einen scheiß container reinspringen ja ich bin gestorben junge ich bin einfach beim fahren gestorben weil es auf ich bin ja nicht mehr hochgekommen ich bin voll mit gefahren bluten danke ja ja der batik ziemlich krass beherrscht er hier an dieser stelle und mit der mit der einzige wo ich nicht auf die prozente achte weil er keine ahnung bots hat wie immer alles positiv bewerten okay ich glaube ich hätte schaffen können aber ich bin einmal du musst aufpassen darfst nicht über diesen komischen lichtern im boden fahren mit redner alter ich war sogar viel zu schnell bin die ganze zeit gefahren die ganze zeit was war mit dem ersten zwei jungen da bin ich nicht die ganze zeit gefahren scheinbar nein nicht auf die lampen drauf kommen nicht auf die lampen drauf kommen und sprung nope nein abgebauen jetzt haben wir was er hat er hat es bruder ja das ist ja hier bekommst auch auch für anti party deko nicht so der riesen auftrag nicht auch nicht runter gefallen nicht anti party deko sondern anti party deko dann würde ich sagen lasse die formule wir haben übrigens eine 25 minuten challenge ehre geht raus mit ja dankeschön okay drei minuten für den ersten punkt also die 25 minuten sind noch greifbar ja langsam nur nach oben nicht über jeden ja ich bin auch dran ja ja und da ist wirklich sehr der punkt was bedeutet mixe haben fürste 3 hallo es war eine richtig krasse schwierigkeit wir fahren mit diesem mal langsam drüber okay hier muss ein bisschen spielen da kommt auch du musst doch einfach nach oben gleich naja wo soll ich durch morgen irgendwo durch war und jetzt hier oben einfach ja ich bin mir nicht sicher ob ich das hier jetzt richtig gebraucht doch ist echt richtig also ist die komisch aus und muss das auf die rechte seite des war als nicht auch die linke nach dem neuen ausgefahren okay das gefällt mir ja wahrscheinlich muss jetzt einfach wieder hoch bin ich weiß ich war jetzt einfach hier oben am rand ich bin zu der großen tube und mache hier einmal eine wende ich habe gewendet ich falls wieder hoch hab die tube war gerade komplett oben groß einmal macht ja auch eine wende ja mache ich habe auch gewendet ja ich bin jetzt wieder in die tube wo wir hergekommen sind und fahr wieder raus okay mache ich auch so ich weiß ich mache jetzt mal keinen ballwechsel aber ich könnte mir vorstellen dass wir eigentlich einen ballwechsel machen müssen ich bleibe hier auch ne ne ist richtig hier ja ist richtig ist richtig bisschen über bitte fahren nicht so weit unten und weiter richtig geile maps bisher alter also mit ja kann es auch einfach ne muss man sagen flipp verkackt mua muss gleich richtig gefühlvoll um die tube rum lenken riebe hin überlege schon meine maus ready zu machen dafür okay flipp hat funktioniert ich bin drüben ja auf die tube ach so der lachs oh nein einmal so ähä ne oh nein bruder ich bin jetzt der gefahren muss oben drauf fahren du musst einfach oben drauf lang fahren so ein klacksig und vertreter ey ja okay danach musst du erst auf die seite fahren ich bin schon krass nach oben geschwungen gerade puh 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 okay marvin gib gas ja diesmal oben bleiben ja dass mich vorbeiziehen ja ja obwohl der entwischen hat ne scheiße ja im entwischen hat ne scheiße ich fahr links will kein will ich will kein ich will kein alter digga das ist so böse alter das ist richtig böse man kommt auch sehr schnell ins fliegen ne ja sind wir gemeinsam abgeflogen da musst du echt ich glaube schon ja wie ein schrauber 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 also du musst jetzt oben fahren und dann musst du zwei stück an der seite fahren ja du musst nicht sofort wieder hoch aber krass dass du ja auch so über den kopf fahren kannst ne ja oh ich hab's ja ganz easy ganz langsam wieder hoch ja 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 jawoll was los boost boost auch für mich bruder gönn dir noch mal boost ich seh nix ego-perspektive wäre besser wie ich meinen kopf so hoch nehme was zu sehen ja ja du musst wahrscheinlich so ne wende machen ne ja einfach nur ne wende einfach nur ne wende einfach nur ne wende aber ich feier einfach formula agent sie sind einfach so ja wie soll das gehen so geil sind richtig geil aber das nackig ja meinst du einfach nur runter fahren durch die mitte und klar aber ne einfach nur durch die mitte ne ne du musst schon hier schon meinst du aber du musst halt irgendwie so machen dass du durchkommst falls einfach durch die mitte was weißt du nicht alter ok ne ich hab keine ahnung es war cool so durch die mitte zu cruisen aber da bist du auch noch auseinander genommen ah aber also beim runterfahren musst du abbremsen ordentlich ganz schön langsam ja ja ah dann droppst du aber auch ziemlich wild ok jetzt kommen wir zu einer sache die wir nicht so schnell schaffen aaaaah da unten ist gar keine adword wand mehr ne das ist ein bohrwein das heißt du fährst einfach nur nach unten ach so unter die adword wand weißt du aaaaah meinste meinste fährst du jetzt mal zu spät gesehen dass ich hier verkackt habe hallo 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 also geile map micha äh mitja aber viel viel zu kurz ja wir sind aber auch durchstolziert jetzt hätten wir in unserem leben nie was anderes gemacht gut aber es war jetzt auch nicht unfassbar hart ne das stimmt aber wir haben auch wirklich diesen batikack am anfang unglaublich schnell hinbekommen hätte ich nicht gedacht weiter geht's wagner 25 minuten challenge ja gerade easy weezy weggerotzt jetzt haben wir hier eine wohl krassere 15 minuten challenge steht zwar easy dran aber hat nur wenig prozente hot oder schrott das beste format auf youtube man kennt ihn das beste format auf youtube bei den besten youtuber auf youtube muchachos ihr wisst bescheid und falls ihr geilen fick meine eier merch von den besten youtuber auf youtube haben wollt aber diesmal fick meine eier merch bei dem ihr nicht direkt zum schulleiter müsst dann schenkt die link in der beschreibung raus zum merch anti direktor design anti wir haben einfach ein anti autoritäts design entworfen mehrfach getestet also ich war schon mehr meister wird zum beispiel auch im büro vom praktikum und so ja und es hat keiner gecheckt ne das ist so für den insider wisst ihr könnt ihr euch mit den anderen muchachos in der schule oder so aus aber so abchecken und so geiles t-shirt bro und kein anderer checkt so wann ist denn hier der lachs hoch digga welcher hat sich so eine map gebaut ich will am anfang direkt hier hot oder schrott haben und attacke was los digga erfährt den raudi weg oder was hallo helfe mal helfe mal ja helfe hab ich gesagt ja mach ich doch helfe helfe oder was helfe 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 danke schön bist die gute helfe danke schön ich nehme links ich nehme links wir haben kein waffenrad warum willst du links ich will links erster ich bin erster schick dich einfach klar rein ich habe das scheiß was achso der br8 oder was rb8 nicht b a ne oh 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 was oben raus also ganz hart nach oben raus springe an der stelle vielleicht komme ich davon wo der punkt ist er nimmt ihn ich habe ihn er nimmt ihn er hat ihn scheiße ich bin im container aber kannst du gerade auswandern oder wirst du weggejodelt ich werde weggejodelt hab ich gerade getestet dann hast du wirklich dann hast du wirklich die beschissenere fahre ne das gefällt mir ja mir nicht ja geil aber es könnte sein dass ich trotzdem noch anstatt da rüber zu flippen oh ich versuch das aber oh komm schon komm schon baby NEIN ähm dass ich am ende einfach nach oben raus springe und dann auf der plattform lande ich weiß du hast du den boost ja ich habe einen boost ja das funktioniert also du musst relativ spät dann raus die ne booste 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 please digga booste doch hast du booste junge oder puste bruder keine ahnung am warright schon ne nicht irgendwie vorher ja 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 halt deine fresse du dreckiger ue ne hier durch und jetzt sooo ne ja das war zu spät ja das war zu spät nein das ist gut oh sind jetzt auf aber jetzt muss ich bei einem bruder ja bin durch die analysierung der stopp schilder na funktionierte aber der roll wechsel nicht so jetzt ok let's go gut letzter try wenn ich jetzt nicht schaffe alter 4 ok deal ok dann habe ich feierabend wochenende oh jetzt geht's auf jetzt fügt der aber schnell langsam zu ja hallo hä warum hast du mir so hallo ja ich glaube ich habe äh habe ich einen fehler gemacht erscheint fast so ich glaube ich muss dir wirklich sagen wenn wir noch zu sind und dann aufmachen oder du bist langsamer gefahren ok ich habe jetzt noch ein bisschen den speed benutzt ja jetzt geht's auf ja ja ok perfekt so und jetzt haben wir ihn auch hier den lachs hallo 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 such dir was auf ne du musst auch so du hast du erst hier ok wie war das war das so T-Satz lesen ja 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 genau du hast den Grimm oder hast du den Grimm ich habe den Grimm oh scheiße ey kann ich auch einmal eine gute Karre haben das ist der 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 Coquette X5 kann der schnell rückwärts fahren ne dann ist das der Coquette X5 glaube ich ja ja ich glaube auch ja perfekt ja Digga ich bin so arm ja das ist so ein Fick was ist los ich bin richtig am rüber mit der Karre die ist richtig schwer ey was war das für ein einfacher Warlord dafür kriege ich die nochmal runter wo bist du ey Digga fick dich einfach ey man musste ich es machen diese Karre ist richtig scheiße ey du musst doch nichts machen du fährst einfach nur lang ja aber die überdreht die ganze ja ich rutsche einfach raus hä es ist eine scheiß Karre was raffst du nicht okay die hat ungefähr null Beschleunigung und wiegt 800 Kilo aber dafür hast du noch die ganzen Streets ja die erreiche ich ja nicht mal okay schon wieder einfach abgefallen ich hab's doch wieder Anschwung vom Spawn hiermit soll ich dir Windschatten geben du sollst deine Fresse halten da oben bleiben okay bleib oben hallo hier mit Anschwung geht's Alter ich hab viel zu viel Speed wir sollen mal weniger Speeds hier einbauen nein nicht unten rausrutschen ja und 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 dahin ist er yeah Digga die Karre ist richtiger Schmutz Alter dann ist jetzt aber schwierig glaube ich für dich dran zu bleiben oder ich muss auch sagen nö ähm der Warrior ist ziemlich hässlich geworden ja also sehr unsauber sieht aus wie die erste Map von jemandem okay dann kann ich dir jetzt schon mal sagen ich werde auf jeden Fall links nehmen weil ich jetzt eigentlich zweimal Glück hatte glaube ich und er wird nicht nur rechts die gute Scheiße hinbauen oh 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 kann er sich fangen ich hab mich gefangen okay ja gleich nochmal so ein Speed kurz bevor es nach oben geht ich weiß nicht ob du den einsammeln solltest aber musst du wissen oh oh Alter ich alter lol nein ich wollte links ja links nein Mami nein ey nein oh geil ja x1 und 20 für mich geil wie Hobbyloser ist ey wie Hobbyloser ist ey war es das schon ja aber jetzt gibt es hier nichts mehr oder was das war es schon ey toll toll naja du hast aber am Ende jetzt die bessere Karre gesagt muss man nochmal sagen ja ich hab die bessere Karre wo ich es noch fahren muss herzlichen Glückwunsch ey ich hab die bessere Karre wenn es vorbei ist guck mal jetzt nimm alles von vorne alles nochmal ja wirklich da oben ist der Punkt jetzt zwischen mir durch oh geil oh nein 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 hä nicer ey ich pass doch nicht mal durch pass ich da durch nice super ich weiß nicht ob das geht und first try okay vielleicht hab ich es auch first try und ich hab den Punkt ich kann nicht mal auffahren mit dem Polizeiauto Bruder yeah ja weißt du wer einen Fick geben wird und da jetzt reinfährt warte ich bin es nicht weil ich will es nicht quälst oh yeah warte mal pass ich durch pass ich durch ok passt Marvin durch oh nein warum das nicht durch passen ich pass nicht durch als ob nein ich pass nicht durch hab mir nicht zu ey diga was du musst da durch passen nein klar nein ich fahr einfach gerade aus Junge kann man an dem Container sonst irgendwie vorbeigehen geht das ne ist alles zu glaube ich da muss ich sagen ja aber man konnte nicht kann ich irgendwie rausspringen vorher nicht das konnte ich auch nicht kann die vorderseite leider nicht sehen von hier aus haha ich bin so geil ey warte mal das entschädigt mich gerade ein bisschen dafür dass ich die ganze Zeit die scheiß Karate nein ich hänge drin ich pass da nicht durch natürlich 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 nahm mir nicht zu als ob so ein Polizeiausse nicht durch den Container durchpasst blau Sirene blau Sirene ja du müsstest eigentlich zwischen Container und Stopp-Schiff rausspringen um den Winkel zu kommen hi ja welche Chance da oben drauf abbild alter hallo 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 ja Bruder ich bin verloren was für ne Map alter soll ich jetzt reinfahren oder was ja natürlich eigentlich finde ich das nicht gut ey soll ich hier noch irgendwie ein bisschen die End-Tage chillen warte 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 ich fahr jetzt mit dir zusammen nochmal da hoch ich will validiert haben dass du da wirklich nicht durchpasst ok dann respawn ich warte ich bin auf dem Dach geleitet und komme nicht runter ich muss auch mal respawn vielleicht kannst du mich ja durchpressen wir werden das jetzt kontrollieren ob du da wirklich nicht durchpasst ich glaube du bist du stellst dich an ok die Frage ist jetzt fahr ich vor oder du fährst vor ich glaub du fährst vor ich fahr vor brauch ein bisschen mehr Speed ok kommst du ja ok bitte bremsen dir etwas ab hallo ja 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 ich bin hinter dir und ich sehe dich ok jetzt strenge dich an hallo Ach, du weißt mit deinen Sirenen, mit deinen Lichtern oben hängen. Ich achte, du meinst, du bist zu breit. Da kann man nicht mehr was gegen machen, oder? Kannst du irgendwie so rumfahren, dass du deine Dinger oben abfallierst? Nee, weil die sind auch schon relativ klein. Aber, Digga, entweder der Mapper-Bauer. Warte, ich helfe dir. Der weiß auf jeden Fall, wie es funktioniert. Nein! Digga, jetzt fallen die Zillulappen mit dem Fahrt, oder man? Digga, das ist so unfair, Alter. Ich hab' ich die ganze Zeit durchquälen müssen. Und machen wir dann, äh, ich passt doch nicht durch, ne? Ja, aber das Problem war, bei dir war es ein Skill-Verlust, ja? Oder, bei dir war kein Skill da, und bei mir ist einfach nur, es geht nicht. Bläh, 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 bläh. Soll ich machen? Ich mach' jetzt Eiskalt eine Koralle hier mit dem Fahrzeug hier. Kannst du eh nicht. Boah, hast du das gesehen? Easy, Digga. Schade, aber ja, Profi-Mapper-Bauer. Der lässt den Eiskalt so baut, dass der da nicht mehr durchpasst, ey. Jetzt weiß ich auch, warum die Map so wenig Prozente hatte. Hallo. Hallo. Aber, Mutti, also, die erste Map könnt ihr aber zocken. Ja, die erste Map von mit dir war nice. Dankeschön für euren Support. Nicht vergessen, FME, Aimboost und natürlich auch Instant Gaming. Und spart ihr auch Geld, wenn ihr neue Spiele haben wollt. Bei Aimboost, ne? Uchacho 30, 30% Rabatt auf alles. Rrrr, außer Tiernachung. Bis dann. 5, Leukаемсяk. Ich bin der Gouw softly. 5, Leukаемсяk. Bis dann. 5, Leuk места. ünüz. advise. 5, Leukаемсяk. 3, Leuk passa. 6, Leuk amber. Untertitelung des ZDF, 2020